Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Pilgerkirche, herzlich willkommen hier in Schmira. Es ist Pfingsten. Das ist ja das Fest, mit dem die meisten von uns am wenigsten anfangen können. Ostern und Weihnachten, da wissen wir ungefähr, was wir da feiern und wie wir es feiern, aber Pfingsten? Vom Geist ist da die Rede von Sprachen, von Flammen. Es ist eine sehr geheimnisvolle Geschichte und es ist wie immer, ganz genaues wissen wir nicht. Erzählt wird, dass die Freunde von Jesus zusammen waren. Vielleicht waren sie ein bisschen ratlos beieinander. Jesus war nicht mehr da. Sie wussten nicht, wie es weitergehen soll. Und dann wird erzählt, dass da ein Rauschen im Raum war und dass plötzlich Flammen zu sehen waren. Ich stelle mir vor, dass die Jünger gestrahlt haben. Vielleicht waren sie ergriffen von einer Idee aus der Runde, von einem Gedanken. Vielleicht haben sie plötzlich begriffen, dass sie doch sich selbst noch haben als Gemeinschaft, dass sie alle zusammen sind. Vielleicht haben sie empfunden, Gott ist noch da, auch wenn Jesus nicht mehr da ist. Und vielleicht hat sie das so sehr ergriffen, dass sie gestrahlt haben vor lauter Freude. Kennen sie das, dass jemand strahlt vor Freude? Dass jemand so glücklich ist, dass es aus ihm herausleuchtet? Wann haben sie das letzte Mal gestrahlt vor Freude? Vielleicht ist das eine Form, Pfingsten zu feiern, dass wir uns an das erinnern, was uns strahlen lässt. Die Freunde damals, die hat es nicht mehr drin gehalten. Die waren so begeistert, dass sie raus wollten, dass sie erzählen wollten, was sie da gerade erlebt hatten. Das ist die Bewegung des Pfingstfestes. Raus! Nicht drin bleiben und still vor sich hin leuchten, sondern rausgehen zu den anderen. Das machen wir jetzt auch. Und draußen haben die Freunde einfach allen Leuten erzählt, was sie erlebt haben und wovon sie so begeistert waren. Ich stelle mir vor, dass das einfach aus ihnen raus sprudelte. Und alle, die sie hörten, die haben sie verstanden. Das ist das Erstaunliche, weil damals in Jerusalem ganz viele Menschen aus ganz verschiedenen Weltgegenden lebten. Die haben alle unterschiedliche Sprachen gesprochen. Jerusalem war damals multikulturell und keinen hat es gestört. Und alle haben verstanden, was die Freunde erzählt haben. Das ist der Geist des Pfingstfestes. Ein Geist, der verstehen lässt, der zusammenbringt, der vereint. In den alten Urtexten der Bibel, im hebräischen Urtext, heißt der Geist Ruach. Das bedeutet so viel wie Atem. Der Geist, das ist der Atem Gottes, der in uns lebt. Und er lebt in jedem von uns, egal wo einer herkommt, welche Hautfarbe er hat, welche Sprache er spricht, welche Haltung er hat zu den Dingen der Zeit. Dieser Geist Gottes lebt in jedem Menschen. Das ist der Geist, den wir Heiliger Geist nennen, die Juden Ruach, die Taoisten Qi und den die alten indianischen Völker, den großen Geist nannten. Der eine Geist, der Atem Gottes, der uns lebendig macht. Vielleicht ist das die Erfahrung des Pfingstfestes, dass wir verbunden sind durch diesen einen Geist, dass wir zusammengehören, dass wir vereint sind, weil dieser Geist in uns allen ist. Und vielleicht feiern wir Pfingsten so, dass wir die Verbundenheit feiern. Nicht die Trennung, nicht die unterschiedlichen Denkweisen, sondern das, was uns verbindet, dass wir zusammengehören und dass wir eine Gemeinschaft sind. Wenn wir das spüren, diese Verbundenheit, dann werden wir strahlen vor Freude. Das verspreche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein begeisterndes, verbundenes, gesegnetes Pfingstfest. Ein Pfingstlied aus Thesée. Veni sancte spiritus tui amores ignem accende. Das heißt, komm, Heiliger Geist, entzünde das Feuer deiner Liebe. Wenn Sie mögen, singen Sie mit. Veni sancte spiritus tui amores ignem accende. Veni sancte spiritus. Veni sancte spiritus. Veni sancte spiritus. Veni, Sancta Spiritus, tui amores, egne macende, veni, Sancta Spiritus, veni, Sancta Spiritus.